Ah, ihr habt zugeschaltet. Ja, wer guckt nicht gerne auf Schatzkarten? Ich habe hier nämlich noch ein paar von Assassin's Creed 4, Black Flag. Und zwar gibt es da für euch direkt drei Codes umsonst. Ich erkläre mal kurz, wie das funktioniert. Das ist nicht ein direkter DLC-Code für die PS3 selber, sondern für drei verschiedene Konsolen. Das könnt ihr dann bei Ubisoft selber auswählen. Und wenn man den Bruder mal aufhören würde, mit den Fingern komisch zu wackeln, dann würde mir das auch weniger blöd erscheinen. Auf jeden Fall lese ich euch das ganz kurz vor und danach die Codes, damit ihr wisst, was ihr tun müsst. Besuchen Sie www.assassinscreed.com-wip, um den unten stehenden Code einzugeben und den exklusiven Inhalt am Tag der Veröffentlichung zu erhalten. Exklusive Inhalte, zum Beispiel herunterladen, können Sie nur rein einziges Mal mit einem eindeutigen Code freigeschaltet werden. Für das Freischalten und den Zugriff auf die Inhalte sind ein Hochgeschwindigkeits-Internetzugang, blablabla, das überspringen wir mal, und das Benutzerkonto von Ubisoft erforderlich. Das heißt, ihr müsst euch einmal bei Ubisoft anmelden, gebt den Code ein, den ich euch jetzt gebe, und dann kriegt ihr einen weiteren Code, nachdem ihr eure Konsole ausgewählt habt, für den PSN-Store, Xbox, Markplace und so weiter. Auf jeden Fall, der erste Code lautet wie folgt, schreibt ihn euch mit, sonst steht er nochmal hier oben, ABF-4-2-C-6-AC-1-C-9-6-4-8-3-C-D-2. Das war der erste Streich, der zweite folgt so gleich. ABF-4-7-C-A-9-D-D-D-5... äh, Quatsch! F-8-F-2-9-C-4-D. Und der letzte, ABF-4-A-2-0-9-D-7-B-4-F-4-E-5-3-F-A. Wie gesagt, das Ganze findet ihr auch nochmal die ganze Zeit hier oben drin, also für die, die mich nicht verstehen oder sonst was, äh, oder von mir aus auch für Gehörlose, wie auch immer, äh, steht das nochmal hier oben drin. Ja, das war's. Wir sehen uns wieder im nächsten DLC umsonst, im Let's Play, im Let's Vote oder im nächsten Abonnenten-Special. Bis zum nächsten Mal.